moin moin leute freut mich dass ihr wieder dabei seid in diesem video heute werden wir uns mit den verzauberungen auf den amuletten beschäftigen mit den annoyments denn gerade bei dem bild was wir gerade spielen und was wir jetzt oft auch in videos zeigen haben wir eine verzauberung auf unserem amulett und zwar eine die sehr sehr wichtig ist die essentiell ist ohne die funktioniert mit unter das ganze bild nicht deswegen fand ich es jetzt nur der zeitpunkt um da mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen zu kommen ich mache das video mit absicht getrennt von bleibt an sich wir werden noch ein extra video machen wo wir bleibt maps die bleibt encounter auf der map und wie man bleibt maps möglichst effizient macht hochladen das soll aber getrennt sein von dem was wir heute machen heute beschäftigen wir uns quasi nur mit dem verzauberungs teil für die amulette und das ganze nicht zu überladen beziehungsweise um halt die leute die halt das verzaubern schon kennen wenn das hier skippen die leute die halt die bleibt kann da schon kennen wenn das andere videos kippen deswegen getrennt nur das vorab was sind enorm mensch also im endeffekt sind damals verzauberung die hat genauso angezeigt werden wie auch die kopf verzauberung und hand verzauberung und stuf verzauberung das heißt sie sind ein ja vom spiel her sehen sie als entspannt ich weiß nicht sind wahrscheinlich als implizit gewertet und wir können auf amuletten seit der pleitliga auch verzauberung darauf machen welche verzauberung relativ einfach wir können im endeffekt jeden einzelnen großen punkt großen nicht ganz großen also sowas wie keystones gehen nicht die ganz kleinen gehen auch nicht warum auch sondern nur diese mittelgroßen sage ich mal wenn wir mit der maus im game darüber gehen sehen wir auch direkt welche öle wir brauchen die öle an sich bekommen wir aus bleibt maps die können aber auch random droppen die können auch durch das werden konnte nicht tatsächlich aber durch verschiedene encounter kann man die bekommen und ja wenn wir mit der maus über ein mittelgroßes über eine mittelgroße note gehen sehen wir welche öle wir brauchen wir brauchen immer drei stück um eine verzauberung zu machen und die kombination aus welchen dreien wir das machen entscheidet welche verzauberung wir auf dem das amulett bekommen wir zum beispiel für unseren teil haben auf unserem amulett champion of the cause das ist nämlich eine mana reduced note ganz hier unten und normalerweise hätten wir keine chance die mit zu spielen weil wir hier oben mehr oder weniger sind und nicht hier unten und deswegen ist das halt nur für unser bild und dann sehr eine sehr gute wahl das mit zu skillen über das amulett weil wir wirklich die auswahl haben zwischen allen notes die hier irgendwo sind so das problem ist wir haben hier unsere öle wenn wir die bereits haben ist es relativ einfach zu sehen welche wir brauchen beispiel wenn wir jetzt schon noch für kurs nehmen wir brauchen ein blaues ein rotes und ein goldenes wir haben hier einmal das blaue wir haben hier einmal das rote das goldene fehlt jetzt das problem ist wenn wir nicht zu 100 prozent wissen wie es heißt es könnte auch gelb sein sehen wir hier nicht nach was wir auf der trade seite suchen sollen da gibt es zwei möglichkeiten führen entweder ihr ladet euch die erweiterung in path of building runter da ist auch ein link in der beschreibung wie das ganze funktioniert denn dann habt ihr hier die möglichkeit wenn ihr mit der maus drüber geht geht ja auch genau da wie die teile heißen beispiel heißt nicht blau rot gelb sondern teal crimson und golden und jetzt wo wir das wissen wenn wir ganz normal auf die trade seite gehen und können hier oben dann halt eingeben zum beispiel golden und können das dann ganz normal kaufen von anderen wie alle anderen items auch zweite möglichkeit wenn man path of building gar nicht nutzt oder sich die erweiterung nicht runterladen will auch wenn ich es wirklich empfehlen dann ist auf der wiki seite man sucht einfach aber bei google eingeben pp list of environments und dann habt ihr jede liste die ausklappen könnt und habt ihr im endeffekt jede einzelne an ihr habt ihr hier jede einzelne note drin und hier steht auch genau drin was die heißen und wir können jetzt zum beispiel für uns champion of the course suchen und sehen dann hier auch golden teal und crimson soviel dazu wir werden wir hatten hier oben jetzt noch andere auf die werde ich mal kurz eingehen denn es gibt notes die man normalerweise nicht mit gehen kann die man nur über diese erneuern mit mit gehen kann die sieht man im normalen skill tree sieht man die nicht hier sind keine zusätzlichen irgendwo außerhalb der skill trees in pub jedoch sieht man sie wie zum beispiel tranquility oder clean thoughts diese notes kann man nicht regulär mit gehen sondern die muss man quasi über einen erneuert mit skillen die regeln wie man die erneuert ist genau dieselben wie bei sämtlichen anderen notes wollte ich noch mal kurz erwähnt haben dass es halt wirklich notes gibt die normalerweise nicht mit gespielt werden können die sind auch meist relativ teuer so die kosten meistens mindestens ein golden oil wenn ich sogar zwei ich bin ja hier so gut da haben wir das gleich mal geklärt es gibt nur eine sache wir haben zum beispiel jetzt wir haben teal und wir haben's crimson oil das golden oil fehlt jetzt aber es besteht die möglichkeit dass ihr wenn ihr drei von einer farbe habt könnt ihr die hoch trainen beispiel dreimal teal wird zu azur dreimal verdant wird zu teal und so können die im endeffekt wenn ihr ganz viele vor allem kleiner habt wenn wir die da einfach reinschmeißen und bekommt dann halt quasi die jeweils eins höheren raus es gibt die tier liste wie die rauf in welcher reinfolge die da drauf gehen und so kann man das halt theoretisch mit allen machen um ein bisschen geld zu sparen für unser teil haben wir zum beispiel gerade drei silver oils und wir wissen zum beispiel dass aus drei silver oils wird ein und das heißt wir machen das jetzt so und jetzt haben wir jetzt haben wir hier die drei sachen die wir brauchen für unsere entstand die crimson und golden und je nachdem für was ihr das halt machen wollt sucht ihr euch die note raus auch dann entweder im pub oder in der liste nach wie die heißen die ihr braucht und dann sieht das ganze wie folgt aus ihr geht zu sister kassia die ist in euren hideout nachdem er immer euren ersten blight encounter gemacht hat auf der map und könnt hier auf erneut items gehen dann könnt ihr die halskette die haben wollt dabei ist es egal ob so wer also ob so gelb blau kann sogar weiß sein oder legendär ist sie darf aber nicht corrupted sein lasst du nicht über den tisch ziehen indem ihr corrupted items kauft wo ihr gerade bei halsketten wo er erneuern wollt das ist auch einer der hauptgründe warum die meisten talismane und damit werde ich wirklich 99 prozent aller talismane schmutz sind weil erneuern mit mitunter so stark ist dass man einfach nicht darauf verzichten kann egal wie gut ein amulett sonst so und das ganze machen wir jetzt so wir packen hier einmal das amulett rein und dann können wir die drei öle hier reinpacken und sehen dann zack wir haben das richtige ganz wichtig schaut nach was hier unten steht angenommen ihr habt jetzt irgendwie verschaut und habt jetzt keine ahnung statt thiel blau habt ihr also blau er seht ihr hier okay das sind die falschen sachen also wirklich bevor ihr hier auf erneuern klickt schaut nach was hier unten steht weil mitunter sind die erneuern menschen schon relativ teuer das heißt ihr wollt sicher gehen dass ihr auch das richtige habt machen wir mal ganz kurz zeigen angenommen ihr habt ein amulett schon gekauft was schon ein erneuern ment hat ist das kein problem das zeigen wir mal ganz kurz wir haben jetzt hier zum beispiel unpredictable offensive so das heißt da ist gerade ein erneuern ment drauf ist kein problem wir können trotzdem unser erneuern was wir haben wollen rüber rollen das heißt wenn ihr ein amulett kauft schaut dass es nicht corrupted ist wenn er neuer man schon drauf ist was ihr nicht haben wollt ist das kein problem das könnt ihr neu rollen und die einfolge ist ja bei der wei auch egal also in welcher reihenfolge das macht es muss nicht die reihenfolge sein wie es in pub ist es kommt nur auf die kombination aus den dreien quasi an so und jetzt klicken wir hier auf erneuern wenn schon erneuern mit drauf ist kommt hier dann die meldung wollt seid ihr sicher dass ihr es überschreiben wollt in unserem fall ja sind wir und wir haben jetzt ein amulett mit champion of the course wie bei unserem gerade auch und wir sehen dann im skill tree auch dass es wirklich mit geskillt ist wer sich denkt man kann jetzt von hier aus weiter skillen nein das klappt nicht es ist wirklich nur die eine note die wir quasi auf unserem amulett haben zählt jetzt hier für unseren für unseren skill tree was vielleicht noch zu erwähnen ist es gibt mitunter noch items die man auch erneuern kann außer das amulett aber da komme ich dann noch mal im direkten bleibt video direkt darauf zu sprechen es gibt noch hände und kopf die man erneuern kann aber das video soll standardmäßig jetzt erstmal nur dazu dienen das auto normal bild abzugraden weil das ist wirklich was was jedes bild machen sollte und wenn ihr halt nicht das geld habt um direkt die beste den schaden zu holen wollte ich erst mal irgendeine was bringt mitunter könnt ihr das für könnt ihr die öle für paar chaos holen oder ihr habt sogar die öle schon da und ihr könnt einfach irgendeine note mit skillen die euch ein bisschen was bringt besser als nichts ist es sonst wirklich ein gewasteter slot deswegen kann ich wirklich empfehlen egal wie groß das budget ist irgendwas einfach aufs amulett schmeißen weil es trotzdem ein punkt ist den ihr irgendwo mit gilt und sei es nur ein bisschen live ein bisschen damage besser als nichts und ja ansonsten haben wir zu den ölen es erst mal geklärt wie gesagt wie man bleibt maps macht wie man bleibt maps erneut was man mit den ölen noch machen kann auch in sachen ring verzauberung und so weiter da kommen wir dann alles in den bleibt maps bis in den bleibt video darauf zu sprechen das war jetzt nur erstmal das video rund um die öle wie man jedes normale bild verbessern kann im allgemeinen und hofer hat den ein oder anderen weitergeholfen ansonsten wie immer in die kommentare schreiben falls irgendwas wirklich vergessen wurde gerne auch einschreiben was ihr als nächstes sehen wollt würde mich freuen wenn ihr ein like da lasst und beim stream vorbeischaut und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten video wieder bis dahin euch roggie tschüss